So, das war's nun, die Jodotour. Hab's überstanden mit Blessur, ne? Schreib's in die Kommentare rein. War die Jodour gut und fein? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich schwöre bei Gott, denn meine Frau hat mir die Shinies hergebracht. Ohne sie gäbe's gute Nacht bei mir schon früh am Morgen heut. Ansonsten, oh, Schlüpfen Eier. Das erfreut natürlich. Warte, ich drück da mal ganz kurz noch drauf. Auf. Ähm, Elekid. Sauber. Elekid Bonbons noch hier kurz mitgenommen. Ich möchte nämlich jetzt ganz fix die Auswertung machen und kurz sagen, wie ich die Jodotour fand. Oder wie Pavlos sagt, das Go-Fest 2022, was ja dann im Sommer eigentlich erst kommt, aber bei ihm ist es jetzt schon das Go-Fest. Ähm, jetzt macht das wieder das und hier und jenes. Dann nimmst du einmal das iPhone, weil du denkst, wenn du am iPhone hier irgendwas zeigen willst, dass der Bildschirm flüssiger läuft, bessere Qualität hat und das sieht gut aus. Ne, was macht's? Fitnessdaten. Das habe ich doch beim letzten Mal schon gehabt. Nicht erlauben. Lass mich in Ruhe. Ich will keine Fitnessdaten. Jetzt geht's. Ah, was ist das denn? Ich will hier nicht. Hör auf. Jetzt bin ich drin. Genau, so. 9 bis 21 Uhr gab's also heute die Jodotour. Und viele haben sich natürlich gefreut. Viele im Vorfeld immer so, Gold, Silber, Gold, Silber, was soll ich nehmen? Gold, Silber, ich weiß es nicht. Ramses, was machst du? Ich musste mich da auch 20 Mal hin und her entscheiden. Ich habe als allererstes, nachdem ich mein goldenes Ticket geholt habe, gestern auch noch, mir unbedingt diese goldene Jacke angezogen. Mit diesem Ho-Oh drauf. Das fand ich richtig cool. Guckt mal das Design. Hat mir noch so Strümpfe angezogen. So sehr liché, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier noch Nachtara drin, denn das ist das Einzige, was mir gefehlt hat bei den Aufgaben, wo man ja die ganzen Jodo-Pokémon auch entwickeln musste, für die Sammler-Herausforderung, musste man ja warten, bis es dunkel ist, dass man auch das Nachtara entwickeln kann, jetzt wo es Nacht ist. Das war also das Einzige, was mir gefehlt hat. Ansonsten drücken wir mal kurz hier drauf und zeigen euch mal. Es war ja totales Chaos. Wenn ihr eigentlich alles gemacht habt, müsste hier alles fertig sein. Hier dürfte nichts mehr stehen. Hier gab es so viele. Es gab diese Tauschaufgaben bei der Jodo-Tour. War natürlich schön. Pupsi hat die eine Edition gehabt, ich die andere. Ich habe aus dem Rauch mir diese vier Pokémon geschnappt, die ihr gefehlt haben, habe sie ihr rübergetauscht. Sie hat mir ihre vier Pokémon gegeben, die bei mir gefehlt haben, die ich nicht hatte. Zwischendurch habe ich gesehen, der Chefe 24 hatte sich mal gemeldet in einer Gruppe. Sein Tauschpartner ist abgesprungen. Da bin ich jetzt zu ihm hingehüpft und habe einfach von kleinen Accounts, die ich noch hatte, geguckt, ob ich ein Mantax irgendwo noch rumfliegen habe und ein anderes und alles, was halt da dabei war. Ja, es musste also nicht mit einem Ticketbesitzer getauscht werden. Hauptsache, ihr kriegt diese Pokémon ertauscht auf euren Account. Wer das nicht wusste, ihr habt dem Chefe davon ein paar kleinen Accounts einfach das rübergetauscht, dass der das auch fertig hat hier entwickeln. Ist auch alles abgeschlossen. Fand ich recht cool. Hat sich nach und nach, immer wenn das neue Habitat aufgegangen ist, konnte man hier wieder was weitermachen. Ansonsten sind die anderen Sachen alle weg. Wir hatten eine große Spezialforschung, wo es am Ende natürlich auch Celebi nochmal gab. Und nach der Spezialforschung, wer die also da abgeschlossen hat, hat auch diese Meisterwerk-Forschung bekommen, wo es am Ende also diese Krypto-Apex-Pokémon gibt. Ho-Oh und Lugia. Beide. Aber in den diversen Gruppen habe ich schon wieder gesehen. Was ist das denn? Und was kriegt man denn da? Und was muss ich denn da jetzt machen? Ich meine, es steht alles da. Es ist die Meisterwerk-Forschung. Da geht es um die Apex-Pokémon. Was du machen musst, steht auch da. Dass es langwierig ist, war auch im Vorfeld bekannt. Das sind vier Kapitel, aber sollen im Endeffekt also Aufgaben sein, die ein bisschen andauern. Forschung ging gut weg. Okay. Im Heute-Tab sah es halt total bescheiden aus. So viele Sachen wieder auf einmal da. Aber das war ja bei der Kanto-Tour auch schon so. Alles komplett dieses eigene Habitat ist da. Du musst die alle fangen. Im nächsten Habitat musst du die alle fangen. Gleichzeitig musst du aber auch noch... Das musst du alles raiden. Da musst du das alles kämpfen. Da musst du alles hier... Gerade diese Leute, die da immer an den Pokestops standen, die aussahen wie Team Rocket-Mitglied, aber keine Team Rocket-Rübel waren, sondern eben diese vorgefertigten Trainer, die da reingepackt wurden. Die waren besonders nervig. Wenn es hieß, besiege einen vom Typ Stahl. Du rennst rum und hast Kampf und Drache und Kampf und Drache und Kampf und Drache und Eis. Wo ist Stahl? Man konnte sich aber trotzdem absprechen. Wenn einer gesagt hat, ich habe einen Stahl gefunden, aber ich brauche Eis, konnte man an diesem Stopp dann eben... Aber naja, egal. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich auch nicht alle Leute fertig gemacht haben. Wir haben alles fertig gemacht. Ich habe auch keine einzige Raid-Einladung angenommen. Egal, wer da was geschickt hat. Ich habe keine einzige Raid-Einladung angenommen. Ich habe meine Fan-Raid-Pässe, diese drei aus dem Shop abgeholt, habe die mir aufgehoben. Ich habe die neun freien Raid-Pässe verbraucht. Musste man ja auch für die Raid-Aufgaben schon, dass man jedes einzelne Pokémon mal geradet hat. Und ja, hauptsächlich habe ich dann, wenn ich doch mal Bock hatte und gedacht habe, es passt vielleicht, habe ich mir noch ein, ein, zwei Ho-Oh-Rates gegönnt. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir sind, wo wir angefangen haben, damit wir auch hier ein bisschen die... ...die Ausbeute zeigen können. Hier müsste es eigentlich schon fast angefangen haben. Ich glaube, Feurige war das allererste, was es heute gab. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Pokémon drauf machen. Wir wollen aber kurz drüber schauen auf die Ausbeute. Ich habe mein Ziel auf jeden Fall nicht erreicht. Dazu aber gleich mehr. Mein erstes Shiny war Feurige. Aber das, was ich gewählt habe, man konnte ja sich einen der Starter aussuchen. Ich habe Kanimani gewählt. Ich habe am Anfang Kanimani ausgesucht, weil... ...finde ich cooles Pokémon. Fire Day is war auch total. Ich habe Kanimani genommen. Welches Pokémon habt ihr gewählt als euren Starter, als ihr diese Wege auswählen musstet? Habe hier ein bisschen was erlöst. Genau, da habe ich jetzt ein Ho-Oh-Rate gemacht. Da habe ich ein Suikun-Rate gemacht. Ein Corazon-Rate. Ein Scaraborn-Rate. Ein Ente-Raikus-Suikun-Rate. Nicht. Das ist, das müsste, glaube ich, sogar ein Wildes gewesen sein. Die gab es ja eben auch wild, wo jetzt wieder das Problem war. Die einen haben gesagt, die kannst du nicht fangen. Die anderen haben gesagt, doch, die kannst du fangen. Die nächsten Sachen wieder, nee, kannst du nicht. Dann gibt es einen Artikel, der sagt, dass die fangen war Sinn. Der nächste Artikel sagt, dieser Artikel ist falsch. Weil die eine 100% Fluchtrate haben. Das heißt, sobald du den ersten Ball wirfst, hauen die ab. Trotzdem war es aber möglich, dass es im ersten Ball drin bleibt. Wenn es aber nicht drin bleibt im ersten Ball, flieht es direkt. Also, es war möglich, die zu fangen. Manche haben da rumgesnipet und geguckt, dass sie ein 100% gefunden haben, wild. Und haben das eingetütet. Was aber in 90% der Fälle geflohen ist. Wenn ihr aber natürlich einen Shiny wild gefunden habt. Das ist im Prinzip nicht geflohen. Ihr musstet nur 30 Bälle draufwerfen, bis es dann mal drin bleibt. Aber es ist irgendwie nicht geflohen, so gefühlt. Also, diejenigen, die rumgesnipet haben und haben einen 100% Shiny zu Ikun, Raiko oder Nt gefunden. Denen ging es natürlich richtig gut. Ich nicht. Statt zu snipen, habe ich ja versucht, effektiv das Event zu spielen. Aber, naja, zwischendurch war ich so müde, dass ich dann einfach geschlafen habe. Das sagt auch was aus. Dann hier, das Luke, ja haben wir noch einen Raid gemacht. Genau, Raikou. Da müsste eigentlich auch eins aus einer Forschung sein. Es gab ein garantiertes Garados Shiny aus dieser Spezialforschung. Diese einen, die ihr hattet auf dem Weg zu Celebi. Das war auch vorher schon bekannt. Shiny Garados. Dann habe ich noch ein paar Ho-Oh-Raids gemacht. Das Nt müsste aber auch... Ach nee, es gab doch... Ach Leute, es gab doch dreimal... Es gab doch auch Raikou, Suikun und Nt nochmal im Heute-Tab. Wenn ihr Bilder von denen gemacht habt, wild, habt ihr jeweils dieses Pokémon auch nochmal bekommen aus der Forschung. Genau, so rum war das. Dann haben wir hier Celebi eingetütet. War wieder mal mega schlecht. Dann haben wir hier ein paar Shinies eingetütet. Dann haben wir noch ein paar Ho-Oh-Raids gemacht. Dann habe ich auch ein Shiny Ho-Oh bekommen aus einem Raid, was ich an sich nicht gebräucht hätte. Aber ich habe gedacht, wenn ich Raids mache, dann Ho-Oh vielleicht eben für XL-Bomboms. Für Hunder da, wenn das kommen würde. Und natürlich auch für diese garantierten XL-Sonder-Bomboms, wo man aber vor Ort sein musste. Also bei Fanrate ging das nicht. Deswegen war eigentlich nur Ho-Oh für mich interessant. Hier, das ist ganz deutlich, dass man sieht, dass er so gefangen wurde, wild, mit 234 WP. Aber das kommt wahrscheinlich auch in die Tonne. Ganz viel gab es hier, wohin genau. Meryl war auch ganz oft dabei. Dann wieder ein bisschen Raids gemacht. Man hat gefühlt immer, wenn man ein neues Habitat hatte und es hieß, fangen diese Pokémon in diesem Habitat. Gefühlt nach 5 Minuten habt ihr alle Typen gefangen. Und konntet die restlichen 55 Minuten einfach theoretisch auf den Rauch achten. Ob aus dem Rauch eure editionsspezifischen Pokémon kommen, wo ich natürlich auf mein Manntags achten musste und Pupsi auf ihr Funpie. Oder eben, ob dann die Icognito rauskommen und da vielleicht dieser J-Buchstabe kommt in Scheine. Irgendwie war das alles so, man wartet auf besseres Wetter-Feeling. So, ihr seht hier ganz viel wieder Starter, 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 Starter. War sowieso gefühlt, in der ersten Stunde, die da war, waren so viel Starter vermehrt. Alles Starter hier, Starter da. Auch die Endentwicklung konnte man immer direkt fangen. Dann die zweite Stunde. Fand ich auch nicht so prickelnd. Die dritte Stunde, die es gab, war ja sozusagen die Girafarig-Stunde. Wo man dann Girafarig vermehrt sammeln konnte, was gespawnt ist. Wo man die Chance hatte, also das Girafarig in Scheine zu bekommen. Die vierte Stunde war Remorite geboostet. Und fast überall Remorite, um das zu bekommen, weil das neu war. Die fünfte Stunde war sozusagen die Lavitar-Stunde, wie viele sagen. Dann hat sich das Ganze wiederholt wieder. Stunde eins bis fünf. Und die letzten zwei Stunden kam ja alles querbeet. Und hier habe ich mein erstes Mantags bekommen. Mein aus der goldenen Edition spezifisches Mantags. Wow. Und ich kann auch gleich sagen, ich habe insgesamt zwei Mantags bekommen. Aber eins habe ich Pupsi gegeben. Und die hat mir dann gesagt, eigentlich hätte sie gerne Gold genommen. Weil sie das Mantags cooler fand als das Funpi. Jetzt habe ich aber dann mal das Mantags bekommen. Habe ihr das also dann rübergetauscht. Sie hat mir dafür also ihr Speditions-exklusives, Editionsexklusives Funpi bekommen. Gegeben. Bin ein bisschen durch den Wind immer noch. Ihr wisst, alles so. Kann man ja leider nicht entwickeln. Hat aber irgendwann nochmal ein Baby davor. Boah, also das ist ja wie Rabouts. Rabouts ist ja auch Baby. Müsste man auch brüten. Hätte man jetzt machen können. Ich hatte gar keine Chancen zu brüten. Warum hatte ich keine Chancen zu brüten? Weil ich keine Brutmaschinen hatte. Dann habe ich gedacht, okay. Lohnt sich ja eigentlich. Zwei Kilometer Eier vermehrt. Holst dir Brutmaschinen. War es gewohnt, dass man immer diese Abenteuerbox kaufen konnte. Für 1480 mit ganz viel Brutmaschinen drin. Jetzt hat die Abenteuerbox nur noch 500 gekostet. Aber dafür gab es auch nur 5 Brutmaschinen. Und das weiß ich nicht. Ich habe mir das nicht ausgerechnet. Da habe ich das gesehen. Aber habe ich gedacht, gut, dann brüte ich halt nicht. Und so habe ich auch nicht wirklich gebrütet. Außer dann versucht, kurz das und das. Da ist irgendwie direkt hier plötzlich ein Shiny Fluffelluft gekommen. Aus den Eiern. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Dann habe ich hier ein Girafarig bekommen. Aber pass mal auf, was da unten steht. Getauscht. Durch Tausch erhalten von Moro der Starke. Also ich selber habe weder in der ersten Girafarigstunde ein Shiny davon bekommen. Noch in der zweiten Stunde habe ich ein Girafarig bekommen. Moro hat mir dieses dann getauscht. Danke an Moro. Sonst hätte ich das nicht. Pupsi hat auch Girafarig bekommen mit der blauen Nase. Die hat mittlerweile jetzt... Wie viel hast du jetzt? 4? 4? 5? Also Pupsi hat es gesagt, zwischendurch schon. Sie überlegt, ob sie die überhaupt noch fängt. Weil sie hat so viele jetzt davon... Nö, eigentlich will sie die gar nicht mehr fangen. Ich habe meins also nur durch den Tausch erhalten von Moro. Mein Mantax, ja, habe ich selber bekommen. Okay, ja, aus dem Rauch. Kann man mal so mitnehmen. Dann ging es hier weiter. Es ist jetzt immer wieder das Gleiche. Und Pupsi hat mir dann eben, weil ich ihr einen Mantax gegeben habe, einen Funpie gegeben. Nämlich dieses hier mit 435. Gab es ja bei mir nicht in der Edition. Bei ihr schon. Der sieht auf jeden Fall klein und süß aus. Guckt, wie er hier den Mund aufmacht. Wir werden auch gleich noch eins entwickeln. Und zwar das höhere von beiden. Weil ich jetzt zwei habe. Weil mir Pupsi noch eins gegeben hat. Seht ihr mal? Wie gut Pupsi drauf ist. Dass sie da einfach alles für den Hund, alles für den Club... Ich bin der Club. Und der Hund bin ich auch, genau. Äh, Remorite... Wer das Short-Video gesehen hat, was ich hochgeladen habe... Remorite gab es ja auch neu. Das ist das teuerste Shiny, was ich je bekommen habe. Aber das habe ich nämlich auch im Tausch erhalten vom Jonas. Pokemoni. 98. Ich habe so gesagt, ja, ich habe das nicht. Ist nicht registriert. Er hat gesagt, ich habe fünf Stück. Ich kann dir eins geben, ne. Da habe ich gedacht, okay, das kostet aber bestimmt 500.000. Wie komme ich jetzt auf 500.000? Mit Pupsi habe ich diesen neuen Pokedex-Eintrag getauscht. Und der hat, im Normalfall würde der 40.000 kosten. Es hat bei ihr 20.000 gekostet. Ich bin davon ausgegangen, die Kosten sind also halbiert. Sprich, für was ganz Neues, nicht Registriertes, Shinyöses, sind das also nicht eine Million, sondern 500.000. Sagt zum Jonas auch, ja, 500.000, glaube ich. Ja, kein Problem, habe ich, mache ich, komme her damit. Dann im Tauschspielschirm sehen wir, es kostet doch eine Million. Trotzdem hat er mit mir getauscht. Jetzt haben wir für eine Million dieses Remorite getauscht. Und, ja, er hat einen Shiny Raikou dafür bekommen, weil er das noch nicht hat und das ihm gefehlt hat und der das gerne gehabt hätte. Ansonsten hier wieder lauter Pipifucks. Also alles, was ich eigentlich nicht so brauche. Hier das zweite Funpi. Hier ein zweites Remorite dann von Pupsi. Wo man jetzt mal überlegen muss, hätte Pupsi mir das getauscht, hätte es 20.000 gekostet. Und dann hätte es von dem Kollegen auch nur 20.000 gekostet, wären also 40.000. So waren es insgesamt, aber eine Million, 20.000. Nee, eine Million, eine Million und 400, weil das war ja schon registriert, wir sind beste Freunde. Also statt 800, 400, weil es wieder halbiert war. Aber die Million wird nicht halbiert, habe ich nicht verstanden. Jetzt haben wir also zwei Remorite, genau. Dann kam ich auf den Trichter, dass ich dachte, leckt mir am Bobs, ich mache jetzt nur noch Raids. Das waren dann so die letzte Stunde dann irgendwann angebrochen, dass ich dachte, ach komm, dann Raid ein bisschen. Vielleicht kriegst du ja noch ein gutes Ho-Oh. Habe noch ein paar Ho-Oh-Raids gemacht. Habe dann zwischendurch doch mal Stops gedreht und doch versucht, Eier zu brüten. Immer zwischen den Raids, dass die Eier schlüpfen. Da ist viel Pi rausgekommen, Pichu. Wieder mal Ho-Oh-Raids gemacht. Wohin genau, kam immer zu reingeflogen. Ähm, dann ist hier oben da endlich mal ein Rabauts gebrütet. Habe ich also auch nicht als Shiny bekommen. Wuchstabe Icognito J habe ich auch nicht bekommen. Das ist sowas, was mir fehlt. Da habe ich nochmal ein Shiny Ho-Oh bekommen. Dann hier wieder die kleinen Babys. Guckt sie euch an. Und ansonsten war das eigentlich ganz viele Pi-Chu. Jetzt möchte ich aber das Fun-Pi, wenn wir es schon hier haben, entwickeln im Video. 435, lass mal so, 455, werden wir jetzt mal entwickeln. Neuer Shiny-Eintrag hier von Shiny Don-Fan. Ich hoffe, der sieht wenigstens ein bisschen spektakulärer aus. Fun-Pi an sich sieht jetzt nicht so viel anders aus. So viel... Gesundheit. Ja, der hat doch was, oder? Guckt euch das doch an. Hä? Was ist los hier? Der sieht doch... Was für eine Maschine. Was für ein Gerät. Der hat Style. Den finde ich cool. Stell dir mal vor, es geht mega Don-Fan. Sieht aus wie ein legendäres. Also der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und Remorite haben wir ja wie gesagt jetzt auch zwei. Wenn ich das höhere von beiden auch nehme, auch mal durchentwickeln, dass man sich das mal anguckt, wie das dann aussieht als Octillery. Ja, das heißt, genau, also Icognito-Jot fehlt. Rabauts fehlt, aus Eiern gebrütet fehlt. Und Capoeira fehlt. Capoeira konnte man ja wild bekommen. Von 9 bis 21 Uhr komplett den ganzen Zeitraum konnte das Wild spawnen. War aber halt mega selten. Octillery statt Rot hier in diesem... Weiß gar nicht, was es für eine Farbe sein soll. Sieht auf jeden Fall aus wie Matt Riddle. So ein bisschen so... You, you, Bro. Hey, Bro. Hey, Randy. Also wer Raw guckt oder so, weiß Bescheid. Octillery auch am Start. Ich glaube, den lasse ich jetzt mal drauf, weil der so toll aussieht. Ach so, genau. Nein, was wollte ich aber auch noch machen. Ich habe ja Raids gemacht. Und zwar zu dem Zweck, dass ich für mein Zarude, wo ich jetzt ganz viele Bonbons sammle... Ich habe jetzt schon 7400 Zarude Bonbons, aber nur 3 XL möchte ich doch hier bestimmt auf dieses Sonderbonbons hier. Ich haue jetzt alle XL Sonderbonbons hier drauf. 31 Stück habe ich bekommen aus den Raids. Ich habe nicht so viele Raids gemacht, muss ich gleich dazu sagen. Also es gibt bestimmt Leute, die haben 300 XL Sonderbonbons gemacht. Ich nicht. Ich habe 34 jetzt. Wenn ich das hier umwandle, habe ich nochmal 74 dazu. Und dann habe ich gerade mal theoretisch 100. Und es fehlen immer noch 200. Das ist ein langer Weg. Aber den, weil ich den so cool finde, den möchte ich auch irgendwo nochmal auf 50 ziehen. Kommt ja auch auf 4100. Auch wenn da die IV auch nicht die Besten sind. Wir machen jetzt aber nochmal unser... Wir machen das Donnfahren. Kommt, wir machen das Donnfahren nochmal drauf zum Abschluss. Weil das so cool aussieht. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich fand das alles so schrecklich. Man hat wirklich gemerkt, in den Gruppen, egal wo man mal kurz reingeguckt hat, die Leute waren einfach überfordert. Die Leute waren überfragt. Die Leute hatten so viele Fragezeichen. Die Leute waren im Unklaren über so vieles. Und genau das fand ich eigentlich nicht schön. Dass man selber nicht genau wusste, was, wie, wo und hin und her. Und auch bei vielen anderen Leuten kein Durchblick. Alles so untransparent, undurchsichtig. Und das kenne ich anders. Es war mal anders. Wenn ich mich erinnere wirklich an eine Safari-Zone, wo es einfach hieß, hier fährst du hin, Westfalenpark. Kommst du rein. Viele coole Pokémon-Spieler unterwegs. Kommst du da mit zwei, drei Leuten hin und her. Lauf da durch. Ihr seht alles dort. Sieht alles super aus. Alles richtig tolles Feeling. Wunderbar. Und es spawnen Incognitos. Den ganzen Event-Zeitraum. Wild. Und es spawnen besondere Pokémon. Wild. Und damals war das nicht. Da wurden Raids abgestellt. Es gab keine Raids. Im ganzen Park gab es keine Arenen. Keine Raids, nichts. Es ging nie ums Raiden. Es ging nicht ums Brüden. Es ging nicht ums Rauchen. Keine Ahnung. Überall waren Module. Und du hattest sozusagen von 8 bis 18 Uhr. Oder von 10 bis 18 Uhr. Immer die gleichen Pokémon. Und den kompletten Zeitraum. Immer gleich Zeit auf alles und jenes. Oder beim Go-Face, wo es auch Habitate gab. Die aber aufgeteilt waren. Dass wenn du in dieser Region des Parks warst. Dann sind halt eben Gesteins-Pokémon gespawnt. Und in dieser sind die Stahl-Pokémon gespawnt. Und in dieser sind die Elektro-Pokémon gespawnt. Und das halt wirklich die ganze Dauer entlang. Und das fand ich so genial. Das fand ich so super. Und da gab es auch keine Raids und nichts. Und bla. Und mir fehlt das wirklich. Und ich möchte bitte, wenn sowas kommt. Einfach dieses Feeling wieder haben. Also dieses Jahr wirklich, wenn Go-Fest ist. Möchte ich nicht einfach. Naja, mit Pupsi alleine. Oder zu Hause. Oder ich möchte gerne wirklich einfach mal wieder ein Go-Fest haben. Was irgendwo stattfindet. Wo man hingehen kann. Wo man was anderes sieht. Wo auch was geboten wird. Mir fehlt das wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten werden sich sicherlich freuen, dass sie sich, wenn sie schon ein Ticket kaufen, dass sie sich jetzt sozusagen ein günstigeres Ticket kaufen als dort. Weil sie ja, wenn sie dort was aufbauen und alles zurecht machen, steckt viel mehr Arbeit drin. Also wird so viel aufgebaut, dass sie natürlich dann mit dem Preis hochgehen. Jetzt machen sie ja nichts vor Ort. Ist das für euch natürlich wieder günstiger. Ihr habt keine Übernachtungskosten. Müsst kein Hotel bezahlen. Ihr habt keine Reisekosten. Jeder kann mitmachen. Wenn das in einem Park stattfindet oder irgendwo ist das ja begrenzt. Da können nur eine bestimmte Anzahl Leute rein. Tickets werden verkauft. Sind so und so viel da. Wer Glück hat, macht mit. Und wer nicht, wer Pech hat, der kann halt nicht mitmachen. Trotzdem ist das eben was Besonderes. Damals die Videos vom GoFace, die sind ja noch auf YouTube. Wo ich da auch, äh, wo ich da Mahon getroffen hab, hier auch. Wo ich Bisa für NTV getroffen hab. Wo man einfach andere Leute getroffen hat. Wo man den, äh, Stefan Landei getroffen hat vor Ort. Also, das war toll. Das war Feeling. Und mittlerweile kennt man so viele Leute. Ich würde es so feiern, wenn es wirklich mal wieder ein GoFace oder eine Safari Zone in Deutschland irgendwo hier gäbe. Ich wäre der Erste, der da hingeht. Auch wenn ich die Möglichkeit hab, einfach von zu Hause zu spielen. Ist das für mich auch kein Vergleich zu dem Live-vor-Ort-Sein. Und einfach in einer Gemeinschaft, in einer Community oder inmitten von 10 Milliarden irgendwelchen fremden Pokémon-Go-Spielern. Die alle das Leben und ihre Lust und Leidenschaft erwalten lassen. Also, das muss man wirklich mal erlebt haben. Und das hat mir wirklich gefehlt. Und ich fand das Event auch viel zu übertrieben vollgestopft. Viel zu chaotisch. Viel zu viel alles gleichzeitig machen. Ständig unter Zeitdruck irgendwie gefühlt. Die Stunde ist gleich um. Dann ist alles weg. Ich habe dieses Pokémon noch nicht. Gleich kriege ich es nicht mehr. Gleich kommt wieder was anderes. Jetzt hast du eine Stunde. Musst schnell gucken, dass du das vielleicht kriegst. Aber was willst du überhaupt jetzt machen? Konzentrierst du dich jetzt auf einen Raid? Konzentrierst du dich jetzt auf das Eierbrüden? Konzentrierst du dich auf die Aufgaben? Oder auf die Shiny-Jagd? Also, es war mal weniger. Aber gemütlicher. Aber trotzdem gleichzeitig größer. Bei weniger. Und jetzt? Weiß ich nicht. Mir hat es ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Aber das ist meine Meinung. Ich brauche wieder mal wirklich ein richtiges Go-Fest. Und ich brauche wieder mal was, wo man einfach ein bisschen was geboten bekommt. Und wo man schön Zeit hat und chillen kann. Wo man nicht ständig den Eindruck hat, wenn ich jetzt kurz ein Semmel esse, dann verpasse ich alles. Und deswegen traue ich mich gar nicht, was zu essen sozusagen. Ich traue gar nicht mal kurz fünf Minuten mein Handy abzulegen. Ich traue gar nicht mit jemandem kurz mal zu quatschen. Weil du hast ständig diesen Drang und diesen Druck und Plan. Das finde ich total komisch. Vielleicht geht es aber auch nur mir so und euch nicht. Aber ich fand Safari-Zone bisher immer besser. Gerade in Dortmund im Westfalenpark. Ich fand das Go-Fest richtig genial. Was da alles geboten war. Wo wir dann eben auch mit Ismo dort waren. Dieses Jahr Go-Fest. Schauen wir mal, was es wird. Schauen wir mal, ob es noch eine Safari gibt irgendwo. Auf jeden Fall möchte ich das einfach wieder anders haben. Ich möchte das bitte anders haben. Was eure Meinung dazu ist, könnt ihr ja mal reinschreiben. Wie eure Ausbeute war, könnt ihr ja auch mal reinschreiben. Was waren eure Ziele? Habt ihr eure Ziele erreicht? Werdet ihr jetzt die Meisterforschung noch angehen und da richtig reinschlotzen? Ich wollte eigentlich gucken, dass ich ein paar Videos dazu mache, wie man die löst. Aber die Aufgaben, die jetzt da sind, schlecht jetzt umzusetzen. Aber wenn man dann die Apex abholt, vielleicht muss man mal wieder ein bisschen kämpfen. Rocket Rübel, sonst was. Da wird sicherlich auch noch einiges kommen. Und mal gucken, wie stark die jetzt nun sind. Wie die jetzt nun aussehen und wie gut die dann sind. Wird ja jeder nur einmalig erstmal wieder die Chance haben. Ansonsten schreibt gerne mal rein, wie ihr den Tag fandet. Ob es Spaß gemacht hat, wie ihr gespielt habt, wo ihr gespielt habt. Ob ihr zusammen mit anderen gespielt habt. Oder einfach nur mit der Familie. Oder einfach nur mit einem Kumpel. Oder ob ihr da eine ganze Gemeinschaft habt, die losgezogen ist. Und ihr habt euch da richtig fett in der Stadt rumgetummelt. Ich glaube, das nächste Mal muss man wirklich einfach mal irgendwo hin irgendwas ausmachen. Sonst was. Selbst wenn es wie beim Ziele ist mit Konzzenen und Familie. Dass man einfach zusammen da durch die Gegend zieht. Das ist auch was wert. Das ist auf jeden Fall. Wir waren zu zweit. Ansonsten gab es nichts großartig irgendwie. In den Gruppen hatten wir immer nur gehört, dass jeder seinen Code gepostet hat. Und immer nur ladet mich mal alle ein zu einem Raid hier, zu einem Raid da. Bla. Ist halt alles nicht mehr so cool, wie es halt früher mal war. Aber egal. Es ändert sich halt alles. Mal gucken, ob es irgendwann mal wieder so ein Stück in die Richtung geht, wie es früher war. Früher hat es mir auf jeden Fall besser gefallen. Das war es jetzt aber. Jetzt habe ich nämlich alles 50 Mal wiederholt. Don Phan sagt auch, gute Nacht. Gute Nacht. Und dann war es das von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und morgen, 11 bis 23 Uhr. Die Oxes. Raids für Zuschauer in der Initiative form. Wer dann noch das Shiny sucht und wir ein bisschen quatschen wollen. Vielleicht können wir morgen auch noch mal ein bisschen labern und ihr eure Erfahrungen mitteilen. Und jetzt gleich Wrestling schauen. Ciao. Ciao. Ciao.